Die deutsche Wirtschaft schrumpft, aber die russische Wirtschaft wächst. Und das ist nicht das Einzige, wo es für Wladimir Putin gerade wieder aufwärts geht. Es geht sogar so weit, dass das Wall Street Journal jetzt erklärt hat, Wladimir Putin ist der Gewinner des Jahres 2023. Kann man das so unterschreiben? Und wenn ja, wie ist das alles gelaufen und warum ist es für Putin so gut gelaufen? Warum ist er jetzt wieder auf dem aufsteigenden Ast? Als Russland die Ukraine überfallen hat, da waren natürlich erstmal alle in Schockstarre, ist klar. Aber als es dann erstmal doch nicht so gut gelaufen ist für Russland, da war hier ganz schnell klar, Putins Tage sind gezählt. Das dauert jetzt vielleicht noch ein paar Monate, aber dann wird er gestürzt von seinen eigenen Leuten. Wobei, halt nein, wahrscheinlich muss man ihn noch nicht mal stürzen, weil der Mann ist ja sowieso schon todkrank. Er ist dement, er hat Krebs im Endstadion, er ist nur ein zittriger alter Greis nur noch. Und wenn man es genau nimmt, ist er ja sogar schon längst tot. Und das, was man sieht, das sind seine Doppelgänger. Oder aber ein Putin, der generiert worden ist von künstlicher Intelligenz. So ähnlich wie beim Pumuckl. Und in Wahrheit regiert schon seit Monaten Nikolai Patruschev in Russland, der frühere Geheimdienstchef. Aber ob das noch so ist, das weiß man auch nicht so genau. Weil der Doppelgänger ist inzwischen nämlich auch schon vergiftet worden. Soweit die Schmuddelpresse zu dem Thema. Alles ist irgendwie möglich, keiner weiß es wirklich. Aber das Wahrscheinlichste ist eben doch, dass Wladimir Putin immer noch im Kreml sitzt und sich bester Gesundheit erfreut. Und außerdem sagt er in seinen Reden jetzt auch wieder, wir sind stärker geworden nach zwei Jahren Krieg. Russland hat seine Souveränität als Großmacht wieder zurückgewonnen und hat die auch gefestigt. Und das sieht auch nicht nur er so, sondern auch viele andere bei uns auch. Die Zeitung Le Parisien, die hat zum Beispiel Putin zum Gewinner des Jahres 2023 erklärt. Er sei im Inland so populär wie fast noch nie. Die Wirtschaft läuft, im Krieg hat sich das Blatt auch wieder gewendet. Und vor allem, Russland ist erfolgreich aus seiner internationalen Isolation wieder rausgekommen. Und die gleiche Meinung hat auch das Wall Street Journal. Auch da ist Wladimir Putin zu einem der Gewinner des Jahres erklärt worden. Zusammen mit Elon Musk, Taylor Swift und mit der amerikanischen Wirtschaft. Alles Überraschungssieger. Wer hätte das gedacht? Russland hat die Ukraine angegriffen am 22. Februar 2022. Ein paar Tage später waren die russischen Truppen schon kurz vor Kiew. Und jeder ist davon ausgegangen, die Ukraine hat keine Chance. Und der noch helfen zu wollen jetzt, das macht auch gar keinen Sinn. Wir erinnern uns an die 5000 Helme von der Bundeswehr damals, die sie dann doch nicht geschickt hat. Und dann hat das Ganze aber gedreht und die Sanktionen sind dann ja gekommen und später die Militärhilfen auch. Und die Ukraine hat die Russen auch überall geschlagen und hat sie wieder zurückgedrängt. Und hier bei uns, da waren dann alle im Siegesrausch und haben sich eineinhalb Jahre lang beglückwünscht, wie gut das da doch alles läuft. Die Sanktionen, die waren auch hart, sodass man eigentlich gedacht hat, allein das schon wird Russland jetzt komplett zerlegen. Joe Biden hat getwittert im März 2022, Als Ergebnis von unseren noch nie dagewesenen Sanktionen wird sich die russische Wirtschaft halbieren. Sie ist jetzt die elftgrößte Volkswirtschaft, aber bald wird sie nicht mal mehr unter den ersten 20 sein. Nur, kurz gesagt, so war es dann nicht. Die russische Wirtschaft ist 2022 um 2,1% geschrumpft, also um fast gar nichts. Und letztes Jahr war sie dann aber schon wieder genauso groß wie vor dem Krieg. Die Schätzungen sind unterschiedlich, aber der IWF geht für letztes Jahr von einem Wachstum von 2,2% aus, das russische Wirtschaftsministerium von 2,8%, die russische Notenbank dafür aber nur von 0,5% bis 1,5% und die Analysten laut Reuters bei 2,3%. Im Vergleich dazu ist die deutsche Wirtschaft letztes Jahr geschrumpft, was jetzt aber nicht unbedingt eine Folge der Sanktionen noch ist. Öl zum Beispiel ist jetzt nicht mal großartig teurer als vor dem Krieg und Erdgas ist jetzt sogar sehr stark wiedergefallen. Das ist also bei uns eher eine Folge von dem Zinsschock, den wir gerade haben und sehr wahrscheinlich auch eine gewisse strukturelle Wachstumsschwäche. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber in Russland, da liegt gleichzeitig die Arbeitslosenquote auch nur noch bei 2,9%. Das ist der niedrigste Wert seit Ende der Sowjetunion. Und die Staatsverschuldung zum Bruttoinlandsprodukt, die ist letztes Jahr wahrscheinlich auch nur um 1% gestiegen und liegt jetzt sehr wahrscheinlich immer noch so im Bereich so vom 16% vom Bruttoinlandsprodukt. Russland wäre ein Traumland für Investoren gerade, wenn es nicht Russland wäre. Aber wie hat Russland das geschafft? Es geht jetzt natürlich schon mal damit los, dass die Vorstellungen von den meisten Leuten, dass die ja völlig falsch waren. Das Klischee ist immer, Russland hat Öl und Gas, aber sonst gibt es da gar nichts. Und das stimmt aber natürlich nicht. Russland ist ein riesiges Land mit 145 Millionen Menschen und es ist eine riesige Binnenwirtschaft mit einer Wirtschaftsleistung von 2,2 Billionen Dollar pro Jahr. Und es ist natürlich hart, wenn man so ein Land abschneidet vom westlichen Kapitalmarkt und von den westlichen Investitionen und von den Importen ja auch zum Teil. Aber so ein großes Land kann natürlich viel auch für sich selber produzieren. Und die Wirtschaft profitiert sogar zum Teil auch davon, wenn aus dem Ausland jetzt weniger kommt an Importen, weil damit fällt dann ja auch Konkurrenz weg. Das Zweite, wo Öl und Gas schon wichtig sind, das ist der Staatshaushalt. Aber auch das ist ja nicht großartig runtergegangen. Die Ölproduktion nur um 2% letztes Jahr und die Gasproduktion um 5%. Und die Ölproduktion ist auch nur darum runtergegangen, weil man sie freiwillig gekürzt hat, damit man zusammen mit der OPEC den Ölpreis stützen kann. Das Öl geht jetzt eben in andere Länder von Russland aus. Hier sieht man, wie sich das verändert hat seit Anfang 2022. Die Grafik ist von der Financial Times. Der Anteil von Europa hier in Rot, der ist natürlich stark zurückgegangen. Aber dafür sind China in hellblau und Indien in dunkelblau. Dafür sind die stark gewachsen als Abnehmer. Und aus Indien kommt dann aber zum Beispiel auch wieder russisches Öl zu uns nach Europa. Und das hat auch die Staatsverschuldung unten gehalten, das Ganze, trotz hoher Rüstungsausgaben. Die sind natürlich der dritte Grund für das russische Wachstum, die Kriegswirtschaft. Die sorgt für Vollbeschäftigung im Moment, auch wenn es anderen Industrien schlechter geht gerade. Gesund ist sowas natürlich nicht wirklich und vieles andere läuft auch nicht so besonders gut. Zum Beispiel herrscht Arbeitskräftemangel, auch in Russland. Mindestens 900.000 Menschen haben das Land verlassen. Die Mehrheit davon waren sehr wahrscheinlich gut ausgebildete Fachleute. Mindestens 500.000 sind außerdem eingezogen worden. Und ein Teil davon ist jetzt auch schlicht und einfach tot. Und die Notenbank, die warnt in einer Tour, dass die Rüstung kombiniert mit dem Arbeitskräftemangel, dass das die Inflation hochtreibt. Die Lohnkosten sind die ersten neun Monate um 13,2% gestiegen. Und die Gesamtinflation liegt jetzt bei 7,2%. Und weil die Notenbank die Inflation wieder eindämmen will und auch die Kapitalabflüsse eindämmen will, darum hat sie den Leitzins jetzt auf 16% angehoben. Und das wird jetzt definitiv eine Belastung. Es gibt Kapitalflucht trotz Restriktionen und die ausländischen Direktinvestitionen sind natürlich stark zurückgegangen. Auch aus China kommen kaum Investitionen interessanterweise. Und das alles hat den Rubel jetzt auch wieder runtergedrückt. Hier ist der Rubel zum Dollar die letzten 5 Jahre. Der Chart ist von TradingView kurz nach Kriegsausbruch. Da ist er stark gestiegen. Jetzt bröckelt er aber wieder. Das ist aber auch nur zum Teil aussagekräftig, weil das Handelsvolumen im Rubel, das ist ja auch stark zurückgegangen. Und hier noch der Aktienmarkt, der RTS-Index. Das ist ein Russland-Index auf Dollarbasis. Ein Absturz kurz vor Kriegsbeginn. Dann in den ersten Kriegsmonaten wieder eine Erholung. Dann wieder Ernüchterung. Aber eben auch kein Komplettzusammenbruch. Das muss man auch sagen. Und das spiegelt die Wirtschaft, wie sie momentan ist, auch ganz gut wieder. Es läuft, aber man ist nicht unbedingt euphorisch. Und für Anleger hier, die noch russische Aktien haben, da ist das hier natürlich auch ein gemischtes Bild. Auf der einen Seite schön zu sehen, dass die Russland-Aktien immer noch einen gewissen Wert haben. Aber auf der anderen Seite, was hilft einem? Man kann sie ja nicht mehr verwerten im Moment. Und ich kriege noch oft Fragen dazu, ob es da vielleicht irgendwas Neues gibt gerade. Und darum kriegen sie zum Thema Russland-ADRs diese Woche von mir auch nochmal eine neue Hauspost mit dem aktuellen Stand dazu. Erwarten sie nicht zu viel. Es gibt ein paar interessante Dinge, die sich da tun, aber es gibt noch keine richtigen Lösungen. Das ist also für sie eher zur Orientierung dann und damit sie da auch auf dem Laufenden bleiben. Dafür ist die Hauspost gratis und wenn sie sie noch nicht kriegen, sie bekommen sie auf www.heinrichs-hauspost.de Gut, jedenfalls, es gibt also Schattenseiten in der russischen Wirtschaft und das wird die nächsten Jahre für die russische Wirtschaft auch nicht ganz einfach. Aber sie ist eben nicht abgestürzt, sie ist nicht untergegangen und sie zwingt jetzt Russland auch nicht, dass es den Krieg aufgibt. Anders als erwartet. Ein Erfolg für Putin. Was ist mit der internationalen Diplomatie? Das ist fast noch erstaunlicher. Man hat ja natürlich versucht, dass man Russland isoliert, dass man den Rest der Welt dazu kriegt, dass sie Russland ächtet. Und letztes Jahr hat dann ja der internationale Strafgerichtshof dann ja sogar einen Haftbefehl verhängt gegen Putin. Das ist natürlich schon irgendwo ein Karriere-Tiefpunkt. Nur, inzwischen ist er mehr oder weniger wieder ein gefragter Mann. Er ist auch wieder auf Reisen. Neulich war er in den Vereinigten Arabischen Emiraten zum Beispiel oder auch in Saudi-Arabien. Und da ist er dann auch viel netter empfangen worden, eigentlich als vor zwei Jahren Joe Biden da. Aber es ist ja schon losgegangen gleich nach Kriegsausbruch mit der berühmten UN-Resolution, in der man den Angriff verurteilt hat. Und wo aber fünf Staaten mit Nein gestimmt haben und 35 sich enthalten haben. Und das waren jetzt eben nicht nur Nordkorea und der Iran, wo man sagen kann, ja gut, die sind sowieso antiwestlich, die stimmen bei sowas sowieso nicht zu. Sondern das waren eben auch so Länder wie Indien, Südafrika, Vietnam, wichtige Länder und auch China natürlich. Jetzt der wichtigste Partner von Russland, den die USA aber natürlich auch regelrecht in diese Allianz mit Russland reingetrieben haben. Und dann natürlich noch der BRICS-Gipfel letzten Sommer. Da war Putin jetzt zwar nur über Video dabei, aber das war trotzdem für ihn ein ganz großer Auftritt. Es hat so gut wie keinen Widerspruch gegen ihn gegeben, sondern man hat da eher den Eindruck gehabt, dass es da viele wichtige, aufstrebende Länder gibt, die sich jetzt da sogar richtig um ihn scharen. Ein Thema, das wir hier schon öfter gehabt haben. Sind diese Länder jetzt alle der Meinung? Der Angriff auf die Ukraine, das hat Putin aber treu gemacht. Das war absolut richtig. Das glaube ich so nicht, dass die das denken. Aber Putin sagt ja immer wieder, es geht hier nicht nur um die Ukraine, sondern das ist jetzt die große epische Schlacht gegen die westliche Dominanz und für eine neue Weltordnung. Und das verfängt wohl auch zum Teil. Und viele Länder haben sich eben auch nicht hinter den Westen gestellt, voll zum Teil auch Selbstschutz. Und weil sie natürlich auch gesehen haben, der Westen, der friert Vermögen ein, der kann Länder aus der globalen Zahlungsabwicklung rausschmeißen. Sowas darf uns nicht auch passieren. Wir dürfen dann nicht zu abhängig sein. Dann zum Teil natürlich einfach Wirtschaftsinteressen. Aber damit verbunden eben auch, dass sich da ja gerade wieder so eine Spaltung der Welt abzeichnet. Zwischen dem Westen auf der einen Seite und China auf der anderen Seite oder auch Russland dann mit dazu. Und dass man aber keine Lust hat, diesmal sich wieder in eins von diesen beiden Lagern zwingen zu lassen. Und das kommt auch Russland zugute. Und der Westen hat eben auch an Glaubwürdigkeit verloren die letzten Jahrzehnte. Stichwort Afghanistan zum Beispiel. Erst ein Land angreifen, einen riesen Schaden anrichten und dann wieder abziehen, weil man keine Lust mehr hat und verbrannte Erde hinterlassen. Das und viele andere Dinge in der US-Außenpolitik, das überzeugt nicht mehr. Und darum ist es dem Westen eben auch nicht mehr gelungen, dass er Russland isoliert. Und auch das ist ein Triumph für Putin. Und der dritte große Erfolg, das ist der Erfolg im Ukraine-Krieg selber. Es geht mir jetzt nicht um irgendwelche Strategien da oder Frontverläufe. Dafür gibt es hier genug andere Leute, die sich dazu äußern. Ein Bekannter von mir, auch aus dem Finanzsektor, der hat mal gesagt, Erst waren wir hier alle Virologen und dann waren wir plötzlich alle Generäle und Militärexperten. Aber Ahnung haben wir von beiden nicht groß gehabt. Nur, was man glaube ich schon auch als Laie sagen kann, das ist, das Blatt hat sich gewendet. Russland eilt da jetzt nicht von einem Sieg zum nächsten. Aber im Sommer, da ist eben die ukrainische Gegenoffensive stecken geblieben. Und seitdem ist das Ganze mehr denn je ein Abnutzungskrieg. Und da blutet aber eben nicht nur Russland aus, sondern da blutet in einem höheren Maße wahrscheinlich eben auch die Ukraine aus. Weil sie sowieso schon kleiner ist, schwächer ist. Und irgendwann wird die Ukraine da auch mal am Ende sein. Das will hier nur keiner hören. Aber Putin weiß das natürlich ganz genau. Er weiß auch, dass die Ukraine stark auf westliche Hilfe angewiesen ist. Und er hat auch schon öfter gesagt, wenn morgen die westlichen Verteidigungslieferungen eingestellt werden, dann hat die Ukraine nur noch eine Woche zu leben. Weil dann geht ihr einfach die Munition aus. Und dass die westliche Hilfe ausläuft, das ist jetzt aber gar nicht mehr abwegig. Im November, da wird vielleicht Donald Trump wieder gewählt in den USA. Viele gehen davon aus, dass er die Ukraine-Hilfen streichen könnte, obwohl er das interessanterweise niemals gesagt hat. Und normalerweise müsste man dann ja auch sagen, also wenn man das glaubt, dass das passiert, dann brauchen wir aber auch spätestens bis November für die Ukraine irgendeine Lösung oder da eine Entscheidung. Aber es sieht nicht danach aus. Und abgesehen davon, dafür, dass die Ukraine-Hilfen wegbrechen, dafür braucht man nicht Donald Trump, so wie es aussieht. Das vermasselt die jetzige US-Regierung schon selber. Die Republikaner in den USA, die sperren die Hilfen jetzt. Es sei denn, sie kriegen gleichzeitig von der Regierung auch eine andere Grenzschutzpolitik. Die erpressen die also. Und auf der anderen Seite haben wir aber natürlich eine Biden-Regierung, die nicht einsieht, dass sie nicht alles haben kann. Wenn man das Geld eben rauswirft mit vollen Händen, obwohl es nun mal eine Schuldenobergrenze gibt, dann muss man auch einsehen, dass man mit anderen mal Kompromisse in irgendeiner Weise machen muss, wenn man noch mehr Geld haben will. Das hier, das sind die Militärhilfen nach Ländern bis Ende Oktober. Da sieht man schon, ohne die USA wird es da zappen Booster aussehen. Man hat der Ukraine natürlich schon sehr viel geholfen. Manche sagen zu viel. Das hängt natürlich auch immer davon ab, wie man den Krieg und den Konflikt jetzt ganz grundsätzlich sieht. Es gibt aber auch einige, die sagen, man hat ihr gerade militärisch zu wenig geholfen. Man hat ihr immer nur gerade so viel geholfen, dass sie da noch Stand gehalten hat. Aber man hat ihr nicht genug geholfen, dass sie wirklich das Ruder hätte rumreißen können. Und die PAD-Situation jetzt eineinhalb Jahre lang, das war für uns hier ja auch nicht ganz unbequem. Und da hat man sich hier gegenseitig auf die Schultern klopfen können, was man da alles leistet jetzt. Man hat sich aber nie die Frage stellen müssen, wann und wie soll das alles enden. Das hat man wegschieben können. Nehmen Sie nur mal die Börsen als bestes Beispiel. Da spielt der Ukraine-Krieg ja schon seit ewiger Zeit überhaupt gar keine Rolle mehr. Und dass aber dieser Abnutzungskrieg jetzt immer so weitergehen kann, ohne dass sich das zuspitzt in irgendeine Richtung und ohne dass es auch für uns irgendwelche Folgen haben könnte, das halte ich für einen relativ gefährlichen Irrtum. Der Angriff auf die Ukraine, das war für Putin ja auch ein großes Risiko. Aber er hat ja beschlossen, dass er dieses Risiko eingeht, wahrscheinlich aus zwei Gründen. Erstens, wahrscheinlich hat er gedacht, der Krieg dauert nur ein paar Wochen. Das war ein Irrtum. Aber das Zweite, was er auch immer wieder gesagt hat, das war, der Westen ist schwach. Der Westen wird dem nicht viel entgegensetzen, weil der Westen gespalten ist, weil er mental schwach ist und weil er inkonsequent ist. Und erst mal hat es ja so ausgesehen, als wäre auch das ein Irrtum gewesen, weil die Reaktion vom Westen, die war ja erst mal ziemlich konsequent. Nur, je länger das Ganze eben dauert, desto eher kann es doch so kommen, dass Putin da vielleicht doch recht hat damit und dass er dann einen Gegner vor sich hat, der eben nicht so konsequent ist und der nicht so lang durchhält, wie er selbst. Darauf setzt er und inzwischen ist es auch nicht mehr abwegig, dass diese Rechnung sogar aufgeht. Natürlich läuft für Putin jetzt nicht alles 100%ig super gut, aber man kann doch sagen, seine Position ist jetzt im Moment wirklich stärker als vor einem Jahr. Er steht nicht im Ansatz mehr so schlecht da, wie das damals ausgesehen hat, so dass man sagen kann, ob es einem gefällt oder nicht. Ja, er war einer der Gewinner des Jahres 2023, sowohl wirtschaftlich als auch außenpolitisch und militärisch. Und es sieht auch dieses Jahr für ihn nicht so schlecht aus, wenn jetzt nicht doch noch irgendeine Söldnertruppe kommt und ihn wegputscht oder er vergiftet wird vom Doppelgänger, von seinem Geheimdienstchef oder er abgesetzt wird von seinem KI-Double, das es übrigens schon gibt. Hier sieht man es, hier unterhält er sich damit in der letzten Fernsehbürgerfragerunde im russischen Fernsehen. Und der Aufstieg von Putin, das ist aber natürlich ein Warnsignal für den Westen. Der Westen hat offensichtlich im Gegenzug verloren letztes Jahr an Dominanz, an Attraktivität, an Glaubwürdigkeit bei vielen Ländern. Was er dagegen jetzt tut, das wird man sehen. Er muss sich aber langsam wirklich mal was überlegen. Und ein Problem in der westlichen Außenpolitik ist eben offensichtlich Selbstbeweihräucherung, Selbstgerechtigkeit, allen immer sagen, was sie tun sollen und was sie lassen sollen, auf der einen Seite und dann aber auf der anderen Seite selber null konsequent sein. So überzeugt man aber andere nicht mehr und das kauft uns der Rest der Welt auch immer weniger ab. Immerhin, es gibt auch kleine Erfolgsmeldungen für den Westen. Die ersten Verbündeten von Putin, die seilen sich jetzt schon ab. Ramzan Kadyrov, der Präsident von Tschetschenien, der hat angeboten, dass er Kriegsgefangene freilässt, wenn der Westen dafür die Sanktionen aufhebt, gegen sein Pferd, das irgendwo in Tschechien steht oder auch nicht. Und daran sieht man die harten westlichen Sanktionen. Sie wirken irgendwie doch alles sehr lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Und dazu passend gibt es dann eben nächste Woche auch, oder diese Woche eigentlich schon von mir eine neue Hauspost mit einem Update zu Russland-ADRs und was da der Stand der Dinge ist. Im Moment denken Sie daran, dass Sie sich dafür noch eintragen auf www.heinrichs-hauspost.de Und die Tatsache, dass die Hauspost von mir eben gratis ist, das werden Sie jetzt bestimmt auch honorieren mit einem kleinen Kanalabo. Zum Abo geht es hier unten. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.